Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetter.net Spezial. Wie wird der kommende Winter? Diese Frage wird auch immer wieder gestellt. Wir haben sie bereits in den letzten paar Tagen und Wochen mehrmals versucht, ein bisschen zu beantworten. Eine Antwort gibt es natürlich nicht darauf, denn man kann keine Winter-Vorhersage abgeben, wohl aber einen Klimatrend. Und es gibt jetzt wieder einen aktualisierten Klimatrend und der sieht wirklich nach einem europaweiten Totalausfall in Sachen Winterwetter mit Eis und Schnee aus. Also nach dem Rekordwarmen Winter kommt sehr wahrscheinlich kein Rekordkalter Winter auf uns zu. Schauen wir uns mal den aktuellen Klimatrend vom US-Wetterdienst NOAH an. Für den Zeitraum Dezember bis Februar 2019 in Sachen Temperaturabweichung. Ja und die könnten zwei bis drei Grad betragen im positiven Sinn. Und auch in Russland, da könnte die Temperaturabweichung teilweise bei vier Grad liegen. Also ein viel zu warmer Winter. Und auch die Niederschläge, die könnten üppiger ausfallen als normal. Das zeigt diese Grafik hier. Die grünen Farben, die stehen für Regionen, die könnten mehr Niederschläge abbekommen als im langjährigen Durchschnitt. Das wäre vor allen Dingen hier für Mitteleuropa zu erwarten. Und nach dieser Dürrezeit im gesamten Jahr 2018 wäre das auch dringend nötig. Ja beides zusammen, diese große Wärme im kommenden Winter und auch diese starken Niederschläge, die sprechen sehr stark für einen typischen Westwindwinter. Das heißt immer wieder hier aus Westen kommen Tiefs mit warmer Luft zu uns und die bringen etliche Niederschläge. Aber zum Ende nochmal der Hinweis, das ist ein Klimatrend und keine Wettervorhersage. Ob es wirklich so kommt, das wissen wir erst im Winter selbst. Mit diesen Aussichten noch einen schönen Tag. Tschüss, bis bald.